Gut Pfad zusammen, hallo und herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Heute mal etwas anderes wie sonst, heute für die Leute, die das Video verfolgen, mit einer Präsentation. Und für die Leute auf Spotify ganz normal. Das heutige Thema ist das Pfadfinderprobenbuch, beziehungsweise ein Konzept, wie das Probenbuch überarbeitet werden kann. Damit bezieht sich der heutige Podcast sehr intensiv auf Leute aus unserem Bund. Ich werde allerdings den Podcast so gestalten, dass auch Leute aus anderen Bünden ihm durchaus folgen können. Und es würde mich sehr interessieren, wenn Leute aus anderen Bünden uns schreiben könnten, wie es bei denen mit Proben, ob die sowas auch haben wie Proben. Also das gibt es ja glaube ich in allen Pfadfinderbünden. Weil bei uns zum Beispiel ist ja so, dass man Proben fürs Halstuch machen muss, was dann doch ein bisschen anders ist. Und bei uns ist ja auch so, dass sich die Proben größtenteils durch die Knotenschilder und das Halstuch zeigen, während das ein anderes Bündnis mehr auf Annäher setzen. So, dann gehen wir mal zum Aufbau von dem heutigen Podcast. Also zuallererst stelle ich mal ganz kurz, ich habe es jetzt Karrierekonzept Pfadfinderstufe genannt vor. Also wie man bei Pfadfindern sich in der Pfadfinderstufe durch die verschiedenen Proben und Auszeichnungen, Abzeichen durcharbeitet. Danach stelle ich mal vor, wie bei uns das Probenbuch aussieht. Das sind zwei Punkte, die vor allem für Leute sind, die nicht aus unserem Bund sind, dass sie dem Ganzen folgen können. Anschließend bewerte ich das Ganze, was ich davon halte. Also erst kommt praktisch so ein bisschen Ist-Zustand, ist mehr die Theorie und Bewertung ist dann mehr die Praxis. Dann stelle ich mein persönliches subjektives Konzept für ein neues Probenbuch vor. In dem Kontext werden die Proben auch ein bisschen sortiert. Darauf gehe ich anschließend ein und dann sage ich noch, wie das weitere Vorgehen ist und das war es dann für heute. Ich weiß nicht, wie lange ich brauche, ob ich die ganze halbe Stunde brauche. Länger denke ich nicht. Fangen wir mal an. Also wie läuft es bei uns mit den Proben ab? Wir haben zwei Probenbücher bei den Pfadfindern. Wir haben einmal das Probenbuch und einmal das Tüchtigkeitsprobenbuch. Die sind hier auch zu sehen oben und unten. Ich gehe zuerst aufs Probenbuch ein. Im Probenbuch selber gibt es drei Probenkategorien, nämlich die Drittgradproben, die Zweitgradproben und die Erstgradproben. Die sind voneinander mehr oder weniger abhängig. Also um die Zweitgradproben zu machen, empfiehlt es sich erst die Drittgradproben zu machen. Weil Drittgrad, um mal ein Beispiel zu nehmen, wäre zum Beispiel, ich kenne das Pfadfinderversprechen und Zweitgrad wäre dann nicht. Ich kann das Pfadfinderversprechen erklären. Da ist relativ einleuchtend, dass es abhängig voneinander ist. Das gilt aber nicht für alle Proben. Wie auch immer. Wenn ich in die Pfadfinderstufe bei uns komme, dann hat man kein Halstuch und gar nichts. Dann macht man die Drittgradproben, das sind ca. 40 Stück, da gehe ich später drauf ein. Dann bekommt man das Halstuch verliehen. Dann kann man die Zweitgradproben machen. Dann bekommt man das Brossene Knotenschild verliehen. Das ist Knotenschild, für die, die es nicht wissen, das ist einfach ein anderer Knoten, wo vorne so ein kleines Metallplättchen drauf ist. Und dann gibt es noch die Erstgradproben, die kann man machen, da bekommt man ein silbernes Knotenschild. Es gibt auch ein goldenes Knotenschild, aber das hat nichts mit der Pfadfinderstufe zu tun. Das ist vollkommen losgelöst davon und darum geht es heute auch nicht. Und neben dem Probenbuch gibt es dann noch das Tüchtigkeitsprobenbuch. Diese Proben sind auch komplett unabhängig von Drittgrad, Zweitgrad, Erstgrad, mehr oder weniger. Der Sinn von den Tüchtigkeitsproben ist, dass man sich als Sibling nochmal ein bisschen spezialisieren kann. Das sind nochmal so ca. 30 Stück. Ich habe jetzt mal vier Stück rausgesucht. Das ist zum Beispiel Erste Hilfe, dass man einen Erste-Hilfe-Kurs belegt hat, eine Sippenapotheke pflegt etc. Darüber haben da Timo und ich auch schon mal im dritten Podcast gesprochen. Dann gibt es den Koch. Das ist so, dass man auf Lagern die Küche machen kann oder halt auch vor allem auf Sippenfahrten. Dann gibt es zum Beispiel den Alpinist. Das ist jetzt eine Tüchtigkeitsprobe, die ich sehr selten sehe. Das ist, dass man mit der Sippe mal einen Ausflug gemacht hat. Und dann gibt es noch den Singewart, dass man ein Instrument spielen kann oder Künstler heißt, das Abzeichen glaube ich. Aber da geht es sehr auf die musische Schiene. Aber es geht heute auch nicht um die Tüchtigkeitsproben, sondern nur ums Probenbuch. Ich gehe jetzt mal über zum Ist-Zustand, wie das Probenbuch in sich genauer ausschaut. Und da muss man wirklich sich vorstellen, man hat ganz vorne im Probenbuch jetzt hier steht 46 Drittgradproben. Und wenn man die vollständig abschließt, dann bekommt man das Pfad von der Halstuch. Dann gibt es die Zweitgradproben. Da gibt es 35, die sind ein bisschen schwerer. Wenn man die vollständig abgeschlossen hat, dann bekommt man das bronzene Knotenschild. Und dann gibt es die Erstgradproben, das sind ca. 30 Stück. Wenn man die abgeschlossen hat, dann bekommt man das silberne Knotenschild. Das ist zumindest die Theorie. Die Dritt- und die Zweitgradproben braucht man bei uns auch noch, wenn man in die Gruppenführerschiene gehen möchte. Bei uns im Bund, dann braucht man die noch für das blaue bzw. für das rote Knotenschild. Aber auch darum soll es heute nicht gehen. Heute fokussieren wir uns rein auf das Probenbuch der Pfadfinderstufe. Zum Ist-Zustand noch. Hier habe ich mal ein bisschen, die Proben sind nach verschiedenen Arten aufgedröselt. Wir haben z.B. bei Drittgrad 5 Ethikproben. Das ist Pfadfindergesetze, Pfadfinderversprechen, Wahlspruch, Gruß und Linie malen. Dann bei Zweitgrad ist das jeweilig den Sinn erklären. Erstgrad weiß ich jetzt gar nicht auswendig. Ich gehe mal noch ein paar Beispiele durch. Bei Knoten ist auch relativ einleuchtend. Das sind halt Weberknoten, Mastwurf, Spannerknoten und sowas bei Drittgrad. Dann bei Zweitgrad z.B. ist es eine Strickleiter. Was können wir noch rauspicken? Lieder sind bei uns der größte Posten. Das ist ja auch eines unserer Kernelemente bei Pfadfinder. Und so kann man das halt immer weiter durchgehen. Und es gibt z.B. ein paar Kategorien, wie z.B. Waldläuferzeichen. Das ist nur eine Probe. Die gibt es auch nur bei Drittgrad. Das ist, ich kann alle Waldläuferzeichen. Und genau. Wenn man sich jetzt diese Liste so anschaut, dann sind da auch Sachen dabei, die nicht mehr ganz so aktuell sind. Zumindest meiner Person. Oder nicht ganz so toll sind. Das ist z.B. Ich nehme jetzt mal Sternkunde, wo ich einfach sage, das finde ich jetzt persönlich, ist kein, ist nicht annähernd so wichtig, wie, dass man den Aufbau vom Bund kennt z.B., was auch eine Probe ist. Oder den Aufbau vom Landesverband wäre so eine Drittgradprobe. Genau. Jetzt hat, und wenn man praktisch alle Drittgradproben geschafft hat, wie vorhin gesagt, kriegt man das Halstuch. Okay, gehen wir weiter. Jetzt bewerte ich das Ganze mal. Hier kann man die Bewertung sehen vom aktuellen System. Ich bin der Meinung, das aktuelle System ist extrem leicht. Man macht diese Proben vollständig durch. Und anschließend bekommt man sein Halstuch bzw. sein Knotenschild verliehen. Dann der nächste Vorteil ist, es baut auf der Wölfling bzw. auf der Wölflingsstufe auf. Soll heißen, wenn man bei den Wölflingen ins Probenbuch schaut, die haben auch ein Probenbuch, das ist auch mehrere Kapitel unterteilt, so Drittgrad, Zweigrad, Erstgrad, das heißt dann nur anders, dann hat man zum Ende hin viele Proben, die man auch in der Pfadfinderstufe, im Drittgrad vom Pfadfinder wiederfindet. Zum Beispiel eine der letzten Proben bei Wölflingen ist, dass sie in Weber-Knoten können. Und eine der ersten Proben, nämlich eine Drittgradprobe, das hatten wir gerade bei Pfadfinder, ist, dass sie in Weber-Knoten können. Der Vorteil daran ist, wenn man dann in die Pfadfinderstufe kommt, von dem Wölflingen her, bekommt man relativ zügig einen Teil der Proben unterschrieben und das motiviert einfach unheimlich. Dann noch ein Vorteil ist, das Pfadfinderprobenbuch, vor allem, also ich rede immer sehr viel über Drittgrad, deckt viele Bereiche ab. Das heißt, das ist eigentlich alles dabei, da fehlt nichts. Da ist Sternkunde dabei, da sind Lieder dabei, da ist Feuer dabei, da sind Knoten dabei, da ist Zeltaufbau dabei. Das ist eigentlich alles, was man irgendwie auch nur im entferntesten mit dem Pfadfinderwissen assoziiert. Das ist im Probenbuch abgebildet. Gut, dann kommen wir jetzt zu den Nachteilen. Das ist, wie gesagt, alles sehr subjektiv. Ich persönlich finde, dass einige Proben veraltet sind, beziehungsweise nicht mehr aktuell. Ich nehme da jetzt mal als Beispiel die Schätzen- und Messenprobe oder noch besser, ich kenne meine eigenen Körpermaße. Das führt, ich finde die Probe ist irgendwie heutzutage ein bisschen komisch. Allerdings führt das auch direkt zum nächsten Punkt, nämlich, das scheint eine leichte Vermischung zu sein, dass die Proben teilweise unklar definiert sind. Also ein sehr diskutives Beispiel ist ein Zweitgrad, gibt es eine Probe, ich kann eine Quote alleine aufbauen. Und da gibt es so den allgemeinen Konsens, dass man eine Quote komplett alleine in einer Viertelstunde aufbauen muss. Andere wiederum, die sagen, nee, das ist Schwachsinn, das musst du nicht in einer Viertelstunde machen. Da kannst du dir auch ein bisschen mehr Zeit lassen. Andere wiederum sagen, es muss noch schneller gehen. Und man fragt sich auch immer, wofür ist diese Probe eigentlich da? Es ist zwar schön, wenn ich alleine eine Quote aufbauen kann, in der Praxis wird es aber fast nie vorkommen, dass ich das machen muss. Eben oder eine andere, was ich gerade hatte, ist, ich kenne meine Körpermaße und jeder sagt, ja, welche denn? Also ich zum Beispiel, ich kenne diese Distanz zwischen Daumen und kleinem Finger, wenn man die voneinander abspreizt. Das sind bei mir 19 Zentimeter. Da hört es bei mir aber dann auch schon wieder auf. Und dann geht es halt darum, wenn ich einen Zwölfjährigen sage, er soll mir sagen, wie lang seine Elle ist. In zwei Jahren bringt ihm das nichts mehr. Er hat seine Elle nämlich vielleicht drei, vier, fünf Zentimeter länger. Ich weiß nicht genau, wie viel. Genau, das alles führt dann dazu, dass die Proben nicht mehr vollständig umgesetzt werden. Das erlebe ich andauernd. Das ist jetzt vielleicht, ist das in anderen Stämmen anders oder in anderen Bereichen, aber die meisten, mit denen ich mich unterhalten habe, kommt man eigentlich immer wieder dahinter. Ja, die Probe, die hat er jetzt nicht so gemacht. Klassisches Beispiel wäre eben zum Beispiel die Sternenbilder. Wenn halt im Sommer jemand gerade noch fürs Halstuch nur noch die Sternenbilder braucht und gerade kein Lager ansteht oder es bewölkt ist, dann sagt man halt, komm, hier, kriegst dein Halstuch, legst halt irgendwann mal ab. Oder bei Zweitgrad, das sind auch die Kote alleine aufbauen. Wenn ich einen Wölflings- oder einen Biberführer habe, sagen halt viele, komm, das braucht der niemals. Das unterschreibe ich ihnen einfach so. Das ist ja irgendwie nicht zielführend. Und das andere ist, wie gesagt, Drittgrad braucht man für das Pfadfinderhalstuch. Zweitgrad braucht man für das rote Knotenschild oder für das bronzene Knotenschild. Bronzene Knotenschilder sehe ich bei uns im Bund fast nie. Silberne noch seltener. Und das führt auch dazu, Erstgrad macht fast niemand mehr. Ich zum Beispiel habe Erstgrad, ich habe es vorhin durchgeblättert bei der Vorbereitung auf dem Podcast, habe festgestellt, ich habe Erstgrad auch nicht gemacht. Mir fehlen da fast alle Proben, weil ich brauche es auch für nichts. Also man braucht es nicht für die Gruppenführerschiene und auch für nichts anderes eigentlich. Und es ist meist so, dass den Leuten einfach der Ansporn dann fehlt, das zu machen. Genau. Das war so ein bisschen meine Bewertung vom Ist-Zustand. Da kann man gerne drüber diskutieren. Aber jetzt kommen wir zur Zielsetzung. Ich möchte ja das Probenbuch überarbeiten. Und ich möchte, und das sind so die Ziele, die ich primär verfolge. Nämlich die Anforderungen sollen wieder vollständig umgesetzt werden. Das heißt, wenn es heißt, erledige alles von Drittgrad, dann ist auch meine Anforderung, dass jemand alle Proben von Drittgrad unterschrieben hat, bevor er zum Beispiel das Halsduch jetzt bekommt. Dann die Proben sollen klar definiert sein. Es gibt immer irgendwie Texte dazu, wo man nachlesen kann, wie die Proben definiert sind. Aber irgendwie diese Texte, die gehen immer hops und ich wüsste jetzt auch nicht, wo ich die nachschauen soll. Deswegen, es müssen jetzt im Probenbuch keine, es müssen jetzt im Probenbuch nicht die krassesten Kriterien stehen für jede Probe. Aber es soll schon, zum Beispiel bei Ich kann ein Feuer entfachen, ist auch so eine Probe. Ja gut, es gibt Leute, die machen das im Sommer in Italien, wenn es staubtrocken ist. Die nehmen einfach bloß ein bisschen Stroh oder halt ein bisschen trockenes Holz und das brennt sofort. Das muss einfach auch klar definiert sein oder darf man dazu brennen, passt das Spiritus verwenden. Wie viele Streichhölzer? Es gibt immer, sehr häufig wird die Probe so interpretiert, dass man drei Streichhölzer verwenden und keine weiteren Hilfsmittel wie Spiritus oder so verwenden darf und das Feuer anzuzünden. Und ich muss sagen, das ist halt im Winter, wenn man nur nasses Holz hat, ziemlich schwer. Und noch eine letzte Sache von meiner Seite ist, ich möchte, dass man die Proben ein Stück weit immer kontinuierlich anpassen kann. Dazu habe ich mir was ganz Nettes überlegt, da komme ich später noch dazu. Weil wir haben einfach das Problem, dass sich dieser Grundstock von Proben, diese Anforderungen doch über die Jahre immer wieder ändern. Es kommen einfach Sachen dazu. Andere Sachen werden nicht mehr so wichtig und es sollte einfach relativ leicht sein, das zu ändern. Das ist eine sehr schwierige Aufgabe, weil die Probenbücher sind nun mal in gedruckter Form vorhanden. Und dann kann man das nicht so 0815 ändern, beziehungsweise das ist immer mit Kosten und Aufwand verbunden. Aber man kann wenigstens einen Ansatz legen. Gut, dann kommen wir jetzt zum Konzept für das neue Probenbuch. Da schauen wir uns mal ganz kurz an, wie es bisher war. Wir erinnern uns, Drittgrad, Zweitgrad, Erstgrad. Und was ich machen möchte, ist, darüber haben wir ja im zweiten Podcast schon mal kurz gesprochen, dass man das so ein bisschen aufteilt. Man hat in den dritten, zweiten, in den Erstgrad jeweils einen Kernprobenbestand, der muss vollständig erfüllt sein. Und dann noch so einen offenen Skills-Bereich, habe ich den jetzt mal genannt, der sich über alle drei, der unabhängig von dem jeweiligen Grad der Proben ist, erstreckt. Und zum Beispiel, wenn man ein Drittgrad-Probenbuch bekommen möchte, äh, Blödsinn, wenn man ein Halstuch bekommen möchte, also das, wofür früher die Drittgrad-Proben oder wofür sie auch jetzt noch notwendig sind, haben möchte, dann muss man alles aus diesem Drittgrad-Block erfüllen. Und zusätzlich, ich habe mich jetzt noch nicht auf die Prozentzahl festgelegt, da haben wir mal 50% aus dem Skills-Bereich oder 30% aus dem Skills-Bereich. Das, wie gesagt, das habe ich jetzt noch nicht festgelegt, wie viel genau, das kommt auch darauf an, wie dieser Skills-Bereich aufgebaut ist, dann ganz genau. Was ich mir noch überlegt habe, ist, als Teil von diesem Skills-Bereich, äh, kann man noch ein paar individuelle Proben einfügen. Da stelle ich mir so in etwa vor, dass dieser Dritt-, Zweite- und Erstgrad-Bereich jeweils ungefähr 20 Proben sind. Im Skills-Bereich sind es dann ungefähr 60 Proben. Und so 5 Proben davon, habe ich mir überlegt, wäre doch cool, wenn die, äh, in den jeweiligen Stämmen bei Bedarf beliebig formuliert werden können. Also, wenn sich jeder Stamm so ein bisschen oder jeder Horst oder jeder Landesverband, das kann man ja ganz flexibel machen, dass man so ein bisschen ein Freitextfeld hat, wo eigene Proben reingemacht werden können. Das kann natürlich ein Stück weit ausgenutzt werden und man kann da seinen, äh, Sibling dann extrem leichte Proben geben. Allerdings, ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass das halt ziemlich cool ist, wenn dann, weil es gibt einfach Stämme, die legen extrem viel Wert auf Lieder. Die können da dann noch ein bisschen mehr in die Lieder, im Liederbereich gehen. Oder bei uns im Stamm zum Beispiel, wir haben eine Kreppplatte. Bei uns ist relativ cool, wenn die Leute Krepps machen können. Dann könnte man zum Beispiel eine Probe machen, eine Skills-Probe. Ich habe schon mal Krepps gebacken. Das ist so ein bisschen diese Idee, dass es anpassbar ist. So, wenn ich auf die Uhr schaue, dann stelle ich fest, dass ich seit 15 Minuten schon wieder rede. Das trifft sich sehr gut, an dieser Stelle einen Cut zu machen. Jetzt habe ich das Konzept erst mal vorgestellt. Lasst es euch mal kurz durch den Kopf gehen. Im nächsten Teil sortiere ich die Proben und lege für Drittgrad diese Grundskills fest. Und für Zweite und Erstgrad nicht die Grundskills, sondern lege für Drittgrad diesen Kernprobenbereich fest. Für Zweite und Erstgrad mache ich das heute nicht mehr und auch den Skills-Bereich schauen wir uns noch nicht genauer an. Ich möchte euch nur mal zeigen, wie ich mir das für Drittgrad jetzt so einen Kernprobenbereich vorstelle. Zuerst kommen wir aber eben zu einem kurzen Cut und zum Musikrätsel. Ich möchte das Musikrätsel von vor zwei Wochen auflösen, also vom letzten Mal. Das war aus Fluch der Karibik, das David-Jones-Theme. Und genau, jetzt viel Spaß mit den heutigen Musikrätseln. Bis gleich. Ich hoffe, euch hat diese kurze musikalische Unterbrechung gefallen. Und jetzt, nachdem wir das Konzept fürs neue Probenbuch, nachdem ich das Konzept fürs neue Probenbuch vorgestellt habe, gehen wir über zur Sortierung der Proben. So, und dann bin ich mal radikal über die Drittgradproben drüber gegangen und habe alles rausgehauen, wo ich der Meinung war, dass es kein unverzichtbarer Kernskill für einen Pfadfinder ist. Weil, wie gesagt, was ja eigentlich der Plan ist, ist, dass wir die Proben möglichst frei gestalten. Wir wollen bloß ein paar Dinge, dass die auf jeden Fall gemacht werden. Und das sind dann die Kernproben. Und ich habe jetzt erst mal die Überschriften genommen und alles rausgehauen, wo ich gesagt habe, das ist kein Kernskill. Und was da rausgeflogen ist, das ist Geschichte, Karte und Kompass, weil ich einfach der Meinung bin, dass Karte und Kompass heutzutage nahezu gar nicht mehr verwendet wird, Fahrrad und Sport, Waldläuferzeichen, Werkarbeiten, Sternenkunde, Schätzen, also Schätzen und Messen, Orientierung und Wetterkunde. Es sind einige Sachen, ich gehe mal ganz kurz drüber, was übrig geblieben ist. Das ist einmal Ethik, das ist klar, das ist eben Fahrtfinderversprechen und sowas. Bund, weil ich finde, dass der Aufbau vom LV und die Geschichte vom Bund dann doch sehr wichtig ist, beziehungsweise weniger die Geschichte und mehr der Ist-Zustand vom Bund, dass man das ein bisschen weiß. Zelteaufbau bleibt natürlich dabei, weil ein Sibling, der keine Kote aufbauen kann, ist irgendwie ziemlich wertlos. Knoten bleiben drinnen, weil das ist dann doch was, was man beim Fahrtfinder noch braucht und ich denke auch noch länger brauchen wird. Gepäck, Lagerhygiene, Natur, weil darauf legen wir seit ein paar Jahren bei uns im Bund ganz besonders viel Wert und das wird auch noch länger so bleiben. Wir haben ja jetzt auch in der Ausbildungskonzeption drin, dass jedes Knotenschild mit einem, ähm, ähm, wie heißt es, also mit einem Projekt begleitet wird. Für jedes Knotenschild muss man bei einem Projekt mitmachen oder ein Projekt durchführen, das, äh, die Natur erhält oder ich kenne es den genauen Wortlaut leider nicht. Lieder bleiben natürlich drin, weil Singen ist, wie gesagt, eins unserer größten, ist eins unserer größten Bräuche im Bund wahrscheinlich. Erste Hilfe, Feuer, Aktivitäten und Fahrten, das ist, das ist die Teilnahme an Aktivitäten und Fahrten und das halte ich für sehr sinnvoll, dass man voraussetzt, dass die Siblinge ein bisschen was machen, äh, also dass man das Haltstuch nicht nur durch Theorie bekommt, sondern auch durch ein bisschen Praxis und das Sippenamt bleibt erhalten. Also das sind jetzt bloß die Themen, wo alleine die Überschrift sie noch nicht disqualifiziert hat. Ich gehe jetzt halt in alle Themen, die mehr als eine Probe haben, nochmal gesondert rein. Ich lese es noch ganz kurz vor, das ist Ethik, Knoten, Lieder, Feuer, Aktivitäten und Fahrten. Geh mal rein. Wir fangen bei der Ethik an. Was muss man für die Ethik können? Das sind fünf Proben, wie gesagt, das sind die Pfadfindergesetze, Pfadfinderversprechen, Wahlspruch der Pfadfinder, Pfadfindergruß und ich kann eine Linie malen. Ich glaube, darüber haben wir jetzt auch in diesem Podcast häufig genug gesprochen. Ich sage Pfadfindergesetze, Pfadfinderversprechen, Wahlspruch der Pfadfinder und Pfadfindergruß. Das sind einfach fünf Sachen, die muss ein Sippling drauf haben. Ich finde auch alles bis auf die Pfadfindergesetze relativ leicht und ich habe mich gerade versprochen, nicht fünf, sondern vier Sachen. Pfadfindergesetze sind ein bisschen mehr, weil es halt zehn Stück sind und die muss man halt lernen. Was ich aber auf jeden Fall finde, Lilie malen ist kein Skill, den ein Sippling unbedingt haben muss. Das Aussehen der Lilie sollte man kennen, aber wer das vergisst, der muss nur auf seine Kluft schauen, da ist sie nämlich drauf. Und ich bin auch der Meinung, dass wenn man ein halbes Jahr bei Pfadfinder ist, hat man die Lilie so viel gesehen, dass man sie nicht erst noch malen muss. Außerdem muss ich sagen, ich habe Lilie mal mit meinen Sipplingen durchgeführt und festgestellt, dass, naja, es waren jetzt keine Kunstwerke. Gehen wir mal über zu den Knoten. Wir haben sechs Knoten, die man fürs Halstuch können muss, nämlich den Mastwurf, den Weberknoten, den Spannerknoten, den Abschlussknoten beim Knüpfen einer Kote, den Kreuzbund und den Parallelbund. Und ich sage, der Spannerknoten, der Abschlussknoten beim Knüpfen und der Kreuzbund sind drei Knoten, die beim Kotenaufbau bereits dabei sind. Und der Kotenaufbau bleibt sowieso eine Kernprobe. Und es ist zwar nett, die noch mal extra abzuprüfen, aber ich persönlich halte das nicht für so sinnvoll. Mastwurf und Weberknoten finde ich sehr sinnvoll, weil die braucht man andauernd. Die sind zwar auch ein Teil vom Kreuzbund, allerdings die finde ich sind so wichtig, dass man die über die Kote hinaus noch mal extra können sollte. Parallelbund bin ich der Meinung, ist ein Knoten, den man ein normaler Sibling nicht unbedingt können muss. Dementsprechend fliegen die alle raus und übrig bleiben nur Mastwurf und Weberknoten. Gehen wir aber zu den Liedern. Es sind sieben Lieder gefordert, nämlich das Sippenlied, das Stammeslied, das Horstlied, das Bundeslied, Nehmt Abschied, Brüder, Dämmert von fern und Gute Nacht Kameraden. Zuerst habe ich mir gedacht, Stammeslied, Horstlied ist immer, also früher sind wir davon ausgegangen, dass jeder Stamm auch ein Horst angehört oder zumindest die meisten. Mittlerweile zeigt sich, dass das gar nicht so der Fall ist und dass die Horste, die existieren, meist so stark sind, dass die Stammesebene gar nicht mehr so wichtig ist. Deswegen habe ich das zusammengelegt und gesagt, also es reicht normalerweise, wenn man Stammes- oder Horstlied kennt. Und bei Nehmt Abschied, Brüder, Dämmert von fern und Gute Nacht Kameraden habe ich das etwas weicher formuliert und komme dann dazu, dass man ein Sippenlied, also das Sippenlied auf jeden Fall können muss, das Stammes- und oder Horstlied können muss, das Bundeslied, ein Abschiedslied, ein Morgenlied und ein Abendlied. Also ich habe das etwas freier definiert. Okay, dann gehen wir weiter zu Feuer. Feuer sind zwei Proben, nämlich einmal ich kann die Feuerschutzbestimmungen und einmal ich kann ein Feuer Entfachen. Daran habe ich nichts auszusetzen. Ich finde beide Proben sehr gut. Allerdings würde ich bei Feuer Entfachen das jetzt mal klar definieren und dann auch mit, also es umformulieren, dass das eindeutig ist, was gemeint ist, nämlich ein Feuer Entfachen ohne Brandbeschleuniger, also Spiritus, Brennpaste etc. pp. Und man darf Streichhölzer oder Feuerzeug verwenden. Und ich würde das gar nicht weiter einschränken auf drei Streichhölzer oder sowas. Ich denke, jeder kann sich selber denken, dass spätestens nach der zweiten Schachtel Streichhölzer das Ganze vielleicht ein bisschen ausartet. Und auch beim Feuerzeug sollte man vielleicht nicht mehr wie ein Feuerzeug leer pumpen. Dann wird noch Aktivitäten, Fahrten, wir verlangen von unseren Siblingen für das Halstuch, dass sie an zwei Sonderaktionen und zwei Sippenfahrten teilnehmen. Und bei uns im Stamm zumindest wird es ziemlich hart durchgesetzt, allerdings auch so ein bisschen weich gewaschen. Also du brauchst noch eine Aktivität, okay, du warst ja da auf einer Wochenendfahrt dabei, das unterschreibt man jetzt als Aktivität. Und du brauchst noch eine Wochenendfahrt, aber du warst auch da auf Aktion saubere Landschaft dabei, gut, das unterschreibt man dir jetzt als Fahrt. Also das wird total verwoben. Und deswegen habe ich mir überlegt, als Kernkompetenz brauchen Siblinge eigentlich nur Teilnahme an zwei Aktionen oder Fahrten. Ich denke nicht, dass da mehr notwendig ist. So, das war's, damit sind alle Zweierblöcke durchgearbeitet. Das klingt jetzt relativ wenig, aber wenn man mal hier auf die Übersicht geht, dann kommt man drauf, was müssen Siblinge noch alles können. Also mindestens können fürs Halstuch. Da oben drauf kommen dann nochmal 20 Proben oder so oder 30 Proben aus einem Vertiefungsbereich, wo sie allerdings ein bisschen mehr Wahl haben. Sicher können müssen sie das Pfadfinderversprechen, die Pfadfindergesetze, den Wahlspruch, den Pfadfindergruß, den Aufbau des Stammes. Sie müssen eine Kote aufbauen können, den Mastwurf, den Weberknoten, den Rucksack packen, Sauberkeit im Lager, also die Sauberkeitsregeln im Lager, Naturschutzregeln können, das Sippenlied, das Stammes- und oder Horstlied, das Bundeslied, ein Abschnittslied, ein Morgenlied, ein Abendlied, einfache Erste Hilfe, also Pflaster und naja, simpler Verband, es zählt auch schon nicht mehr richtig drunter. Auch das muss nämlich noch genau definiert werden. Die Feuerschutzbestimmungen, er muss ein Feuer entfachen können, er muss an zwei Aktivitäten oder Fahrten teilgenommen haben und ein Sippenamt für sechs Monate übernommen haben. Auch an dieser Stelle Sippenamt war bisher nicht klar definiert, allerdings sage ich, nach sechs Monaten sollte ein Sippenamt ausreichend lang durchgeführt worden sein. Eventuell beschwert sich jetzt der ein oder andere, dass die Sipplinge bei Ihnen die Halstücher normalerweise nach drei Monaten bekommen, bei uns im Stamm allerdings ist es so, dass die Sipplinge normalerweise neun Monate bis eineinhalb Jahre fürs Halstuch brauchen und da muss ich sagen, da sind sechs Monate locker drin. Gut, das war's, das sind die Kernproben für Drittgrad. Ich möchte ganz kurz aufs weitere Vorgehen noch eingehen, nämlich, ich erhoffe mir, dass ich auf YouTube jetzt ein bisschen Feedback auf das Konzept bekomme und nicht mehr nur auf YouTube, sondern mich schreiben ja die Leute auch immer fleißig auf WhatsApp an. dann möchte ich auf der BDV 2019, also in ein paar Monaten, einen Antrag stellen, dass ich die Veränderung vom Probenbuch weiterverfolgen darf. Also entweder, je nachdem, falls dieses Konzept total zerrissen wird, werde ich nur einen Antrag darauf stellen, dass das Probenbuch überarbeitet wird. Wenn dieses Konzept positiven Zuspruch erhält, dann werde ich einen Antrag stellen, das Konzept vorstellen und darauf beten, dass ich es weiterverfolgen darf. Anschließend werden die Kernproben für Zweit- und Erstgrad erarbeitet und die flexiblen Proben werden erarbeitet und im Jahr 2020 wird dann der finale Beschluss gefasst. Also sprich, das Ganze dauert dann noch über ein Jahr, bis das Ganze durch ist. Allerdings, ich glaube, so viel Zeit sollten wir uns auch für das Pfadfinderprobenbuch nehmen. Gut, dann kommen wir zum Abschluss. Das war es schon wieder mit dem heutigen Podcast. Zeitlich sind wir ja doch ganz gut dabei, wie bei den anderen. Noch ein paar Informationen. Wir sind seit kurzem wieder auf Spotify, seit dieser Woche. Wir hatten da ja einen Umzug, den wir machen mussten von den Servern. Das hat jetzt alles geklappt und ist abgeschlossen und man kann jetzt auch die Podcasts wieder auf Spotify hören. Schreibt bitte eure Meinung in die Kommentare oder sprecht mich einfach an oder auch Kilian oder halt andere Leute aus dem YouTube-Team. Dann kommt es immer bei uns an. Und zu guter Letzt bleibt mir noch zu sagen, vielen Dank fürs Einschalten und Zuhören. Wenn es euch gefallen hat auf YouTube, dann lasst einen Daumen nach oben da und abonniert unseren Kanal und bis dahin Gut Fahrt! und bis dahin. Bis zum nächsten Mal.